Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rocket Leach und wir gucken mal was heute drankommt. Ist es Dropshot, Rock, äh Rock, Hockey oder eben halt, ja, Chaos. Und ja, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme-Session und vielleicht irgendwann später gibt es mal wieder längere Videos, aber im Moment erstmal nicht. Das E wird schon kommen, oh nice, sag hallo zu YouTube. Sag hallo zu YouTube. YouTube. Nice. 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 Hey, du Huren. Nice. Lol, der, der wär drinne gewesen. Mega Schaden, nice. Nice. Nice, nice, nice. Nice, gutes Tor. Schöne Vorlage von mir. Hast du gut gemacht. What? Piss dich, du Huren. What? Fick deine Mutter. Nice. Ey. Ey, Typ. Ey, Junge. Ey, Kleiner. Ey, Gegner. Ey, 12-Jähriger. 12-Jähriger. Ey, 12-Jähriger. Ey, 12-Jähriger, was geht? Ey, du Huren. Oh, öh. Sorry. Wie die Beleidigung, aber 2-Jähriger. Geht dir zu. Und du, warst du? Nice, danke Nein Wir dürfen in 36 Sekunden keine Antibiotum machen Was machst du? Digga Wer reportet ihn einfach Halt's Maul Halt einfach dein Maul Halt einfach dein Maul Ich lass ihn runterknallen Oh mein Gott, wie dumm Wie dumm Nein Hallo Scheiße Digga, einfach ein Chat-Tag Nice Easy Digga Hör doch auf zu blocken, easy 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 Halt's Maul Hey Ey Fettsack Ey Fettsack Ich? Ey, da betste Abonnier mich Digga, du kleiner fetter Ohr Das war natürlich nur ein Fettsack Abonnieren nicht Sorry, war nicht weh Naja, es geht mir im Moment nicht so gut Bei der Aufnahmesession Aber dann würde ich sagen Wir sehen uns bei einer neuen Folge Rocket Leach Ciao, ciao